Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ähm, ja, Elden Ring. Ich stehe vor dem Endboss. Was gibt's mehr zu sagen? Nicht viel mehr. Nur, dass ich mir überlegt habe, äh, den... Die erste Phase... Uh, ist eine große Last. Mmh, schade, schade, aber ich kann hier auf die Beinchen wechseln. Ja, dann könnte ich versuchen, ihn zu parieren. Mal sehen, mal sehen, ob er, ob er fällt. Wär schon geil. Elden Ring durchspielen. Also nicht alle Bosse besiegt? Ach ja, das hab ich ganz vergessen. Das Spiel blendet mich ja jetzt. Das passt ihm nicht, dass ich das tue. Das passt ihm gar nicht, dass ich das tue. Hahaha. Hahaha. Haha. Ah, das war der Griff. Mist. Okay, er ist ein bisschen anders, wenn ich ihn viel pariere. Haha. Er macht andere Dinge. Aber er ist super easy zum parieren. Achso, na, das geht ja jetzt natürlich nicht. Okay. Gut. Jedes Mal. Haha. 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 Jedes Mal, wenn ich eine große Klappe habe, jedes Mal kriege ich auf die Fresse. Haha. 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 Ach, scheiße. Haha. Er ist super easy zum parieren. Ja. Aber dreimal. Dreimal muss man ihn parieren, damit das funktioniert. Ah. Von dem darf ich mich nicht erwischen lassen, ey, von dem Griff. Oh, das passt ihm so überhaupt nicht, wenn ich ihn pariere, ne? Ah, ich glaube, ich bleib bei der alten Taktik. Ich muss, das ist schade, es macht aber Spaß. Also, das Parieren ist cool. Dass ich ihn dreimal parieren muss, ist natürlich ungeschickt. Mist. Alter. Hahaha. Ja gut, vielleicht muss ich auch erstmal wieder reinkommen. in die Nummer. Ich bin wirklich schwer am überlegen, ob ich ihn, ob ich das Schild benutze, oder oder nicht. Aber ich mache halt so viel schneller. Ja gut, ich mache jetzt auch noch ein bisschen wie es ist. Ja. 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 Ah. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hilfe! Nein! Ja, ich kenne seine Attacken noch nicht. Okay. Also wenn der Penisfisch sich flach hinlegt, erscheint von oben ein Strahlen. Also das mit dem Schild ist Quatsch. Er ist viel leichter mit der Duellfähigkeit des Schwertes. Ich habe meine Facecam immer noch nicht angepasst. Was ist das? Was ist das? Ah! Was? Dreimal? Was war das seltsames? Nein, das war der falsche Trank. Ey! Wie massig er wird, wenn man ihm schnell die HP runterknallt. Die HP knallt auf die Hälfte. Alle Bosse, die es wert sind besiegt zu werden, habe ich anscheinend besiegt. Das ist schön. Das Timing gerade nicht so ganz drin. Was ist wichtig dass wir auf dem Weg gehen. Also das stimmt. Ich bin jetzt hier. Ich bin sicher. Ah, wieso hat mich das getroffen? Shit. Shit, naja, Mist. Ich habe hier noch Eiszeug, das wollte ich mal auf das Schwert drauf tun, beursacht Feuerschaden, alle Schadensresistenzen, Schildfett, achso, fürs Schild. Schneller Waffenüberzug. Blitzschaden, äh, Eis wird schon okay sein. Könnte ich eigentlich das Magie-Ding auch noch drauf? Wahrscheinlich, oder? Kann ich das Magie und... Okay. Pfff... Pfff... Nee. Nee. Nee, nee. Buff für die Waffe, für dich und Aura-Buff. Aura-Buff. Ja, genau, das überschreibt dann den... Wenn ich Magie hinten drauf packe, dann überschreibt das den Eis-Effekt, okay. Ich bin gerade etwas irritiert von der Aussage Aura-Buff. Ey, kein Timing gerade. Oh. Ah, hilfe. Nein, scheiße. Ah, ich hab's Timing überhaupt nicht raus gerade. Ich bin viel zu panisch. Goldener Schwur. Boah, wo krieg ich sowas her? Hab ich sowas? Hab ich, glaub ich, bisher noch gar nicht benutzt. Aura-Buffs. Anrufung braucht Wille, okay. Okay. Erinnert. Kein Timing. Ach, Fluch! What the fuck? Okay. Ich glaube, okay. Na ja, passt schon. Kein Timing. Null Timing gerade. Kein Timing. Wie ich kein Timing habe. Was zum... Ey, das gibt's doch nicht. Was soll denn das? Der erste Versuch war schon wieder so... Super. Der erste oder zweite. Direkt in die zweite Phase gekommen. Zum Penisfisch. Und jetzt kacke ich so rein. Gibt's ja gar nicht. Scheiße, Mann. Hör doch auf! So seltsame Dinge zu tun. Figuren. Hoorst du. Wir nehmen uns doch wieder. Ich werde ihn doch auch wieder begrennt, zufrieden. Was sag, Barsche. Es ist doch so schlimm. Ich weiß, was ich wiederstuhm? Ja, da geht's noch mit, was ich jetzt viel zu tun. Aua Aua Fuck Nein, ich habe schon wieder zu schnell hintereinander die Trigger gedrückt Okay Okay Was passiert jetzt? Ah ne, das Luftding, das Luftding, scheiß Die Wand an Okay, what? Oh Gott Bleib doch hier Penisfisch Ne, 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 ne was soll denn das? Hilfe! Okay Okay. Äh, was ist das? Was tust du? Oh, okay. Lauf, kleiner Mann. Wo ist er? Da. Ey, bleib hier jetzt. Ey, das ist doch... Ach, Mann, ey, was... Ach, ein großer Gegner, der wieder AOE-Zeug, riesiges AOE-Zeug macht, ey. Und dann super weit abhaut und... Wow. Oh, Mann. Ich hab doch gerade eben erst, also im Spiel gerade eben erst, für mich eigentlich ist es schon ein paar Tage her jetzt, Marlene besiegt. Tja, immerhin war Marlene irgendwie cool. Alter. Ich hab' ja... Das war's. Kein Timing. Ein Gott macht halt solche Dinge. Es ist ein interdimensionaler Penisfisch, kein Gott. Diesem Gott gefällt halt diese Form. Ja, okay. Wir Menschen haben keine Ahnung. Ja, das stimmt. Da hast du höchstwahrscheinlich recht. Wow. Scheiße. Ey, wie ich kein Timing hab gerade. Aber er will mich aber auch anders hart gerade, ne? Er will mich sowas von anders hart. Ich hab ihm schon wieder zu viel Damage in der ersten Minute gemacht. Das ist so krass, wie diese KI funktioniert. Das muss ja so sein. Also, das ist doch kein Gefühl, das man nur hat, oder? Also, das muss ja so sein. Gut. Gut. Okay. Aua. Unnötiger Treffer an der Stelle. Scheiße. Nee. Warum? Fuck. Das mich das getroffen hat, der Ansturm von oben, dem ich eigentlich sonst immer aus war, das war tatsächlich Panik in dem Moment. Weil ich wusste, ich habe nur noch wenig Leben. Wenn es mich trifft, dann sterbe ich. Anstatt ruhig zu bleiben, habe ich da zu viel nachgedacht an der Stelle. Viel zu viel nachgedacht. So, jetzt geht er gleich wieder voll ab. Scheiße. Warum habe ich denn kein Timing mehr für diesen Stampfer? Ja, zu früh. Shit. Mist. Ach komm ey, du willst mich gerade so hart, ne? Kein Timing für den Stampfer. Ach, Fluch. Nein. Ach, come on. Ich dachte, ich könnte saufen. Mist. Jetzt muss ich wieder geblendet werden. Hm. Jetzt werde ich wieder geblendet. Hm. 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 Geblendahl. Und. Geblendahl. Hier. Oke. Ich bin ein. Vieles. Ich bin ein. Ich bin ein. Es gibt. Thorsten, nee, nee, nix Phase 3. Ich habe kein Timing mehr für diesen Stampfer, den kannte ich doch schon, den kann ich. Warum? Okay. Ah, Fluch. Ah, Mist. Ich habe kein Timing mehr für diesen Stampfer. Das gibt es doch nicht. Du bist so eine Kackbratze, was kannst du eigentlich? Ey, ohne Scheiß. Für die Leute, die dieses Ding immer benutzen, gehe ich, glaube ich, mal online und dann verprügeln wir uns. Ja, du hattest bei dem auch Probleme. Also ihn finde ich, ihn finde ich absolut okay. Der interdimensionale Penisfisch, der danach kommt, der ist ein Problem. Was, nur online verprügeln, ey. Ja, du hattest bei dir. Ja, du hattest. Das war's. Mist. Nein. Ein Schar leveln? Naja, ich glaube bei Dark Souls 1 muss man ja ein bestimmtes Level haben, um invaden zu können. Aber das geht nicht cross-platform. Das geht nicht cross-platform, Leute, ne? Also PC. Leider, leider, leider. Aber hab das nur auf PC. Ja, dann geht's. Dann kannst du definitiv mitmachen. Und mich verprügeln. Beziehungsweise wir verprügeln uns. Gegenseitig. Ich werde natürlich dagegen halten. Mist. Okay. Ja, da war ich zu gierig. Da dachte ich, ich mach's jetzt schnell. Ich könnte es natürlich auch nochmal mit der Keule probieren. Dieser Löwenkrallenangriff. Vielleicht, wenn ich den ein bisschen öfter verwende. Vielleicht ist er da. Vielleicht... Vielleicht krieg ich da irgendwie einen besseren Stunlock hin. Aber... Weiß ich halt auch nicht. Wäre nur ein Versuch, ne? Und er geht daneben. Er kann halt gnadenlos daneben gehen. Aber viel Schaden macht's. Ich glaube, ich hätte ihn öfter treffen müssen damit. Ich probier's nochmal. Glaube ich. Mit Keule. Das macht brutal viel Schaden. Es wurden unter den Kommentaren wurden noch mehrere Sachen vorgeschlagen unter YouTube. Ich lese mir das ja alles durch. Das aber dann im Kopf zu haben, wenn... Ich muss mir eventuell wirklich anfangen, das aufzuschreiben, ne? Uh, das war... Das war hart. Ah, dass mich da noch einer treffen kann. Ist ein bisschen ärgerlich. Aua! Aua! Ach, es trifft nicht. Mist. Schnell aber schmerzvoll. Der gute Thorsten. Ich bin echt gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was mir da so entgegengeworfen wird. Wahrscheinlich kommt irgendeiner... Ach, nee. Ich will gar nichts sagen, was mich abfacken würde. Aber ihr wisst sowieso schon, was mich voll nervt und voll ärgert und auf was ich eigentlich wahrscheinlich überhaupt keinen Bock habe. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich genau mit so einem Blödsinn kommt ihr dann an den Start. für alle, die das hier auf YouTube gerade gucken. Am 25.05.2024, das ist kommenden Samstag, werde ich einen durchgehend online Dark Souls 1 Run spielen, in dem ich durchgehend versuchen werde, menschlich zu sein. Und dann kann man invaded werden in dem Spiel. Also, die anderen Spieler können in mein Spiel eindringen. Shit. Ach, komm, dass mich das trifft, ne. Da darf ich nicht... Ja, Mage, genau. Wenn er doch mal einen Invader besiegt, dann will es keiner gewesen sein. Ich war kein aus dem Chat, es war irgendein Cup-Knapp, der sich da zufällig reingeschlichen hat. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich weiß, wo das Problem liegt, dass mich das trifft dort, diese große Aue-Attacke. Dass ich zur Seite ausweiche. Und zur Seite ist noch mal so ein Strahl. Ich muss den, glaube ich, nach vorne ausweichen. Zur Seite ist noch mal ein Strahl, in den ich dann reinrolle, quasi. Das macht so viel Schaden am Anfang. Das geht wesentlich schneller. Ach, fuck, da kommen irgendwie immer so ein Doppelter hinterher noch. Okay, also die Keule ist vielleicht doch die bessere Wahl. Tatsächlich. Das war jetzt krass. Ähm, nee, 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 nee. Ich sterbe jetzt hier schon am ersten Brutzler. Nee, was? Oh, und jetzt mit so einem Magie-Ding. Wow. Ja, genau, Thorsten. Das solltest du dir vielleicht dann kurz anschauen. Aber pass mal auf, wenn ich jetzt die Keule nehme, dann brauche ich ja das nicht. Nee, das macht jetzt eine große Last. Okay. Okay. Niklas, grüß dich. Mal. Zu viel gewollt. Ich verstehe diese, warum ich hier immer jedes Mal getroffen werde. Aua, blödes Timing gehabt. Okay, das kommt zweimal. Mist. Mist, ach, blöd. Leute, 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 ich will den jetzt platt machen. Ich habe einen Energydrink getrunken, einen halben Liter, das tue ich normalerweise nie. Vielleicht bin ich deswegen ein bisschen aufgedreht, es tut mir leid. Und drei Kaffee dazu. Ach, ich habe noch einen Monat Zeit, um den zu besiegen. Wir gehen an dem Samstag auch noch mal alle Regeln durch. Wir gucken uns doch noch mal schön zusammen an. Timing. Mist. Ach ja, das Ding explodiert ja. So. 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 Oh, ist er dem ausgewichen, ey. Ah, Mist, hat auch nicht funktioniert. Ah, ich hab gedrückt. Ah, ich hab gedrückt. Ah, der Ansatz war gut fürs Ausweichen. Okay, cool. In dem Fall die richtige Idee gehabt. Oh, nee. Himmels, Himmelsglitzer, Himmelsglitzer. Boah. Holy guacamole. Zu früh. Äh, ja. Okay, ich weiß, was passiert. Okay, ich weiß, was passiert. Was? Wieso erscheint das? Ich dachte... Hä? Ich dachte, das erscheint dort, wo es am Himmel ist. Aber nee, anscheinend nicht. Oh, oh. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Warum wird jetzt hier rumgebrutzelt? Ach, komm, ey. Und dann ist er immer so weit weg, dass man so unfassbar weit... Bleib doch hier! Der hat Schiss. Der hat richtig Schiss. Also, das Dark Souls 1 Event, das wird ja nicht der einzige Tag sein, an dem es stattfindet. Es wird auf jeden Fall nochmal was geben. Allerdings ist es halt von Vorteil, wenn ihr vielleicht dabei seid, weil ihr dann wisst, auf welchem Level ich bin und so. Wann das zweite Mal stattfinden wird, oder sogar das dritte Mal, wird dann immer an dem Tag werden wir das besprechen. Fünf Chars für fünf Levelbereiche, ja. So was geht natürlich auch, ne? Mist. Oh, oh. Jetzt sterbe ich. Weil ich, ja, keine Ahnung. Das war dumm. Ha, schlecht gemacht. Ha, ha, ha. Das Outfit finde ich cool. Mit dem großen Hut und dem Umhang. Das Outfit. 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 Nein, falscher Trank. Ah, fuck. Jetzt musste ich von ihm weg. Ey, komm Aoun, er hasst mich so sehr gerade. Ach, shit. Okay. Noch gut Heiltränke, das ist gut. Und... Das war's. Ach, jetzt passiert wieder das. Jetzt muss ich auf den Boden gucken, weil das so seltsam ist, dass das... Jetzt muss ich einfach abwarten. Genau, und jetzt... Ah, Mist. Mist! Und was passiert jetzt? Ah, Himmelsglitzer. Okay, Feuer. Ach, Kacke, ja, die riesige AOE-Schwert, okay. Ist ihm schon wieder zu viel, er haut schon wieder ab. Einen Treffer und der rennt weg. Ich komme ihm schon wieder zu nah. Äh, Himmelsglitzer. Ja. Feuer und er ist super weit weg. Äh, AOE-Schwert? Nee. Bleib doch da. Ist das scheiße. Ist das scheiße. Ja, jetzt bleib hier, bitte. Bleib doch hier. Mann! Ich will hier nicht hinterherrennen. Das ist doch kein Walking Simulator hier. Das ist doch scheiße jetzt. Nicht schon wieder abhauen. Nicht schon wieder abhauen. wie er abhaut die ganze zeit was ist das himmelsglitzer blödsinn nicht abhauen bitte ich hoffe du hattest einen schönen tag ich habe tatsächlich einen sehr hässlichen charakter aber deswegen habe ich einen hut auf bei dem man das gesicht nicht sieht war sehr schön gut ich komme gleich kurz rauf hübschi heute heute noch dark souls 1 so um 11 uhr abends nachdem man einen schönen entspannten spa tag hatte erstmal dark souls ist doch eine gute idee nicht schon im bett da du musst hier ja du dich sieht eh keiner ja 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 oh das ist gut das ist ganz gut jetzt ah schade ah jetzt wird er wieder assi das ist so seltsam dass ich hier nicht vorher raus rennen kann wenn ich es erkennen ich muss am boden schauen ne ja ah so komisch ah himmelsbrutzler Feuer ist zu früh zu früh ausgeglichen Mist, zu spät. Oh oh. Nein, scheiße. Ey, du kleines Brutzelding, geh doch weg von mir. Was ist denn das? Nee, nee, irgendwas explodiert gleich. Hilfe. Oh, es hat aufgehört. Mist. Ah, Himmelsbrutzler. Ähm, okay. Come here, jetzt. Hauen Sie bitte nicht mehr ab. Nein. Nein. Ah. Ah. Ich konnte mich auch nicht mehr heilen. Ich habe gesehen, ich habe wenig Leben. Ich wollte mich irgendwie heilen, aber ich hatte keinen Moment. Ah, ärgerlich. Super, super, super ärgerlich. Du bist so eine Kackbratze. Was kannst du eigentlich? Ich. Paul. Hallo. Harry, hi Das ist voll die gute Frage Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht Allerdings ist die Frage Auch, ob das jetzt schon zu viel Hilfe ist Ah, ich habe gedrückt Verdammt, ein bisschen zu spät Ein bisschen zu spät gedrückt Bitte gehen sie weg Nein, scheiße Ah, schade Schade, schade Wie ich einfach noch nicht drüber nachgedacht habe Ob man da drüber hüpfen kann Ich habe sowas noch nie gemacht Ich spiele jetzt seit einem halben Jahr Mehr sogar schon Seit einem halben Jahr durchgehend Souls-Spiele Und Elden Ring ist halt das erste Spiel In dem man springen kann Es ist überhaupt nicht in meinem Kopf drin Da überhaupt dran zu denken Auch bei Sekiro vorhin Hätte ich es glaube ein paar Mal machen können Aber Ich bin überhaupt nicht Das ist Eine Tasteneingabe Die ist Nicht vorhanden In meinem Ah, du weißt es auch nicht Mist Zu früh Zu Panik Mist Mist Ach, come on Unnötig Oh Oh No No, 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 no. Ah, was passiert? Hilfe! Das war gerade auch schon wieder so. Oh, Panik, Hilfe, was tut er? Alles zu viel. Konnte nicht mehr sehen, was passiert und keine Ahnung. Warum habe ich ewig versucht den mit dem Schwert? Was heißt ewig? War ja jetzt auch erst, ich glaube, eine Folge. Also circa eine Stunde. Und jetzt nochmal eine Stunde. Ich hätte es viel früher mit der Keule anfangen sollen. Das geht viel besser. Wenn man natürlich die Timings auch hinkriegt, ist es noch ein bisschen besser. Ja, sowas zum Beispiel voll unnötig. Oh oh. Na ja, bast. Alles easy. Gute erste Phase. Wahnsinn. Die Keule ist einfach so krass, ne. So, Dickerchen. Jetzt aber. Ja, Harry. Ich probier's. Jedes Mal. Nein. Ah, der Himmelsglitzer. Mal. Ops. Zu früh. Ey, komm gefälligst zurück Kleine, miese, dreckige Es geht und es ist super easy Ist das doof Nicht abhauen Penisfisch, bleiben Sie bitte bei mir Herr Penisfisch Er trifft mich da gar nicht Ich könnte eigentlich auf ihn einprügeln Wenn ich dort stehe, wenn er das macht Ah, Himmelsglitzer Penisfisch, bleiben Sie bitte bei mir Ey Hau doch nicht immer ab Das nervt Jetzt kommt der Schmutz wieder Wie einfach es ist, da drüber zu hüpfen Ich glaub's ja nicht Das ist ja der Shit Warum, warum hab ich da bisher nicht dran gedacht Fokus, ja Ne, nicht, ok, doch, 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 doch Das ist ok Ich glaube, hier triffst du mich nicht Ah Ah, yes Ah, nice Danke, Leute Dankeschön Ah, gut Krass Ah, was ist hier los Ok Rani herbeirufen Will ich jetzt einmal leveln 500.000 Seelen Ja Ich weiß ja nicht, was noch kommt Falls noch irgendwas kommt Jetzt, warte mal Bin ich dumm, hätte ich jetzt eigentlich auch selber Herrscher werden können Was ich gar nicht The battle is over, I see Sie hat vier Arme und Hände I do solemnly swear Endlos kalte Nacht Ach, das will ich aber auch nicht What the fuck Die sind alle wahnsinnig Well then Shall we Ne, man Ich will Friede, Freude, Eierkuchen und Sonnenschein, bitte Ich bin Mein Vater, Eierkuchen und Sonnenschein Was für eine wilde Reise, Leute, was für eine wilde Reise durch Elden Ring. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Einmal hatte ich einen Moment, bei dem ich dachte, es wird alles zu viel. Ich habe dann, glaube ich, einen Tag was anderes gemacht und hatte dann sofort wieder Bock drauf. Es ist super, dass das Parieren so gut funktioniert. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mal wieder, direkt am Anfang, die Waffe gefunden, die mich durchs ganze Spiel begleitet hat. Das ist mir in allen Dark Souls Teilen so gegangen und jetzt in Elden Ring einfach die Startwaffe irgendwie. Ne, stimmt nicht, in Dark Souls 2 habe ich mal irgendwann die Waffe gewechselt auf eine andere. Aber ansonsten in Dark Souls 3 und in Dark Souls 1 war die Startwaffe immer mein Weg zu gehen. So mehr oder weniger Startwaffe. Ich habe ja jetzt, also ich habe irgendwann am Anfang halt die Waffe gefunden, die ich dann zu Ende gespielt habe. Ach, hier läuft eine wilde Musik. 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 Es war mir eine Ehre, das euch mit euch zu erleben und dass auch die ganzen Kommentare, die positiven Kommentare, die Leute hier auf Twitch und alle, die da mit am Start waren. Es war mir einfach, es war mir eine Freude, die ganzen Kommentare zu lesen, euch im Chat zu lesen, während Sekiro, sage ich, weil ich es hier gerade gelesen habe, während Elden Ring. Und ich hoffe, ihr bleibt auch noch für andere Reisen am Start. Es würde mich sehr freuen, weil ich bin noch lange nicht fertig. Aber bis dahin, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.